Musik Die Corona-Krise versetzt mich nicht nur in eine unsichere Zeit. Sie zeigt mir auch positive, stille Seiten. Diese momentane Situation gibt mir Zeit nachzudenken, zurückzuschauen, dankbar zu sein über alles, was ich erarbeitet, geschaffen, erlebt und gelebt habe und was mir bis heute alles geschenkt war. Diese Zeit hat mich gelernt, dass Dinge, die mir wichtig schienen, gar nicht lebenswichtig sind. Sie hat mir die verschiedenen Arten der Stille bewusst gemacht. Die ehrfürchtige Stille vor der Schöpfung und das Staunen über unsere wunderbare Natur. Vier Waldspaziergänge haben mein Herz und Gemüt froh gestimmt. Trotz Videos, Fotos, WhatsApp fehlen mir unsere Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder. Die herzlichen Umarmungen, spontane Besuche, gemeinsame Ausflüge, zusammen essen, Gedanken austauschen, zusammen spielen und lachen. Auch in der Zeit des Coronavirus sehe ich in jedem neuen Tag etwas Schönes, das mich zum Staunen bringt, so dass die Angst keine Macht über mich hat. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020